Sir Charles Lyell war ein britischer Geologe, Leben und Wirken. Frühe Jahre Charles Lyell war das älteste von zehn Kindern. Lyells gleichnamiger Vater, der Botaniker Charles Lyell, sorgte dafür, dass sein Sohn sich frühzeitig mit Naturwissenschaften auseinandersetzte. Lyell studierte im Exeter College von Oxford zuerst Jura, widmete sich daneben aber auch auf Anregung von William Buckland der Geologie. Als er sich 1819 in London als Sachwalter niederließ, wurde er bald ein eifriges Mitglied der Geological Society of London. Sein erstes geologisches Thesenpapier on a recent Formation of Freshwater Limestone in Forfarsha stellte er 1822 vor. Hinwendung zur Geologie Im Jahre 1827 gab Lyell die Beschäftigung mit Rechtsfragen vollkommen auf und widmete sich einer langen geologischen Karriere. Während er vor allem half, dass sich die Ideen von James Hutton durchsetzten, die dieser Jahrzehnte zuvor präsentiert hatte. Damit gehört er mit Hutton zu den Begründern der modernen Geologie. Seine wichtigste Arbeit war im Feld der Stratigraphie. 1828 reiste er in den Süden Frankreichs und nach Italien. Während dieser Reise wurde ihm klar, dass sich die vorhandenen Stratter nach der Zahl und der Verteilung von Muschelschalen zuorten lassen. Auf dieser Grundlage teilte er die Tertiärperiode in drei Abschnitte ein, Pliocin, Miozin und Eocin. Professor der Geologie Im Jahr 1831 übernahm er eine Professor der Geologie am King's College London. 1832 heiratete er Mary Horner. Die Ehe blieb kinderlos. Seine epochenmachende Tätigkeit begann mit der Herausgabe der Principles of Geology. In diesem umfassenden Lehrbuch trat er den damals herrschenden Vorstellungen gewaltsamer geologischer Umbrüche entgegen und zeigte, dass die gegenwärtig beobachtbaren geologischen Vorgänge vollkommen ausreichen, um den Bau der festen Erdkruste zu erklären. Wenn sie sich nur oft genug, in hinreichend großen Zeiträumen, wiederholen. Diese Anschauung hatte in ähnlicher Weise bereits Karl Ernst Adolf von Hoff in Deutschland ausgesprochen, jedoch ohne Beachtung zu finden. Sie brach sich nun überraschend schnell an, weil Lyle die Theorie beständig durch zahlreiche unwiderlegbare Beobachtungen untermauerte, und wurde bald die vorherrschende Lehrmeinung. Das Werk Principles of Geology beeinflusste stark die Arbeit von Charles Darwin, der es hauptsächlich während seiner mehrjährigen Seereise studierte. In den späten Jahren verband die beiden Männer eine Freundschaft, wobei Charles Lyle zu Davins Unterstützern gezählt werden darf, auch wenn er dessen Ansichten nicht bis zur letzten Konsequenz nachzuvollziehen vermochte. Dem genannten Werk schlossen sich die Elements of Geology an. Zur Prüfung seiner Prinzipien unternahm Lyle Reisen durch Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, die Schweiz, Skandinavien und Nordamerika. Auf seiner ersten Reise durch Nordamerika in den Jahren 1841 und 1842 besuchte er die Klippen von Joggins, im kanadischen Nova Scotia, wo er von Abraham Gensner, dem damaligen obersten Geologen von New Brunswick, eine Führung erhielt. 1852 auf seiner zweiten Nordamerikareise besuchte Lyle Joggins erneut, diesmal zusammen mit John William Dawson. Seine Erlebnisse und Eindrücke veröffentlichte er zusammen mit geologischen Beschreibungen in Travels in Nordamerika sowie in A Second Visit to the United States of Nordamerika. Lyle wies die seit mehreren Jahrhunderten andauernde Landhebung der Küsten Schwedens nach und gab eine einleuchtende Erklärung für die Entstehung des Niagara-Tals, das Zurückweichen der Niagara-Fälle. In seinem letzten Werk Geological Evidences of the Antiquity of Man zeigte Lyle, dass es Menschen schon viel länger gegeben haben muss, als man bisher geglaubt hatte. Lyle starb am 22. Februar 1875 in London und erhielt ein Begräbnis in der Westminster Abtei. Ehrungen 1826 Mitglied der Royal Society 1834 Royal Medal der Royal Society 1841 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences 1855 Ehrendoktorwürde der Universität von Oxford 1855 Korrespondierendes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1857 Mitglied der Leopoldina 1858 Koppelig Medal der Royal Society 1863 Mitglied des Preußischen Ordens Pour-le-Merit für Wissenschaften und Künste 1864 Ernennung zum Baronet 1871 Korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg 1852 entdeckte John William Dawson am weltberühmten Cliff von Jorgens in Kanada die ausgestorbene Reptilienart Hylonomus Llelli Das Art Epitheton Llelli wählte er zu Ehren seines Freundes 1935 wurde der Mondkrater Lyle nach ihm benannt 1973 der Marskrater Lyle Auf Südgeorgien trägt der Lyle Gletscher seinen Namen Schriften Principles of Geology Drei Bände Erste Auflage John Murray London 1830 bis 1833 Travels in North America Zwei Bände Erste Auflage John Murray London 1845 Geological Evidences of the Antiquity of Man Erste Auflage John Murray London 1863 Bände Erste基 trop theat 1 Ainstellinger 1 Ainstellinger 1 Ainstellinger 1 Ainstellinger